Wie werde ich als Immobilienmakler innerhalb von zwölf Monaten zum Marktführer? Und ich habe heute einen sehr, sehr coolen Gast. The one and only Christian Steffen vom Eifel Moselmakler oder der Eifel Moselmakler. Christian, du hast es geschafft, innerhalb von zwölf Monaten von vier Objekten auf über 35 Objekte hochzufahren. Vier, fünf Monate sowas. Und 36 Objekte. 36 Objekte. Und 2022 war dein bestes Geschäftsjahr. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wo bist du, also welche Region? Ich habe ja schon gesagt Eifel Mosel, aber wo ist das genau? Genau, wir sitzen in Peaceport an der Mosel. Ist halt genau zwischen Hunsrück und Eifel, kurz vor 30 Kilometer bis nach Trier, Wittlich, Bern, Kastel, sind also die Städte direkt in der Nähe. Okay, was ist konkret passiert bei dir? Von gut gemeinter Absicht, von redlichem Arbeiten kam eine andere Arbeitsweise und Denkweise dazu. Also ich habe persönlich viele Fähigkeiten gelernt, Unternehmer zu sein, Mitarbeiter zu führen und eine Firma aufzubauen mit Systemen und Prozessen, die einfach die schöne Ergebnisse liefert. Also wir arbeiten, das ist oft wie ich beschreibe, was uns auch zum Beispiel von den Privatverkäufern oder auch vielleicht von vielen Maklern unterscheidet, wir haben einen Plan für das, was wir tun. Also wir arbeiten, ob wir eine Eigentumswohnung in Trier verkaufen, Mehrfamilienhaus im Hunsrück und eine Stadtvilla wie jetzt gerade in Wittlich, arbeiten wir ja zu 95 Prozent gleich und dann immer angepasst auf die einzelne Immobilie, sodass wir planbare Top-Ergebnisse immer erzielen. Also ihr habt im Prinzip das so aufgebaut, dass es immer wieder dasselbe gleich gute Ergebnis dabei rauskommt. Ganz genau. Und das macht unsere Arbeit einfacher, macht es möglich Top-Ergebnisse zu erzielen, weil wir kümmern uns nicht um kleine Details, die gehören dazu zur Arbeitsweise. Also wir können uns um die beteiligten Menschen kümmern, also der Organisator, der Manager sein und nicht der, der alles arbeitet und immer im Freestyle-System, wie halt leider Gottes viel in der Branche gearbeitet wird, wo wir wirklich, wirklich mit Wow-Ergebnissen arbeiten und das System betreiben. Okay, gehen wir mal zurück. Also ich kann mich ja noch an den Moment erinnern, das muss so um November 2021 gewesen sein, ja, von der Richtung her, wo du vier Objekte hattest, ja, also vier Objekte, das war so ungefähr die Zahl, ja, plus, minus, eins, zwei, rauf, runter, ist ja jetzt egal. Was hat sich denn konkret an diesem einen Punkt bei dir geändert? Ich versetze mich mal gerade zurück, ziemlich in Oktober, November 2021. Ich habe ein Bild bekommen, wie es sein kann. Ich hatte immer eine Vorstellung, aber habe dann, dank auch deiner Hilfe, haben wir da wirklich Dinge ausgearbeitet. Bei mir kam Klarheit, sodass ich gesagt habe, ich stelle diesen Mitarbeiter ein, ich ziehe bestimmte Maßnahmen im Marketing, ziehe ich mal konsequent durch. Ich gebe jetzt mal nach Karl Lagerfeld, ich muss es aus dem Fenster rauswerfen, dass es zur Tür reinkommen kann. Ich habe also an verschiedenen Marketing-Instrumenten richtig Gas gegeben, bin auch dran geblieben, nicht nur mal probiert, kommt, nix und aufgehört und habe dann wirklich mächtig angeschoben. Und es ist ganz kurzfristig nichts passiert, aber nach zwei, drei Monaten kam die Welle. Zum Glück war dann schon Mitarbeiter eingestellt. Also da haben sich die Sachen ergänzt, die vorher schon angestoßen wurden. Und da habe ich gemerkt, wo dann so richtig 36 Häuser bei zwei Maklern, die wir aber trotz alledem gut abarbeiten konnten, mit tollen Ergebnissen, sieht man bei den Verkaufszahlen auch insgesamt, wie viele wir davon verkauft haben, was ein gutes System da bringt. Wir waren trotzdem ruhig, sind nicht in Schnappatmung verfallen, weil wir haben einfach einen Prozess abgespult. Tolles Gefühl. Also abgespult ist, glaube ich, das falsche Wort. Also du hast ja nicht abgespult, sondern der Prozess wurde ja professionell gesteuert. Also abspulen könnte jetzt den Eindruck erwecken, so wir haben so irgendwie was so 0815-mäßig gemacht. Also der Prozess ist so ausgefeilt, wir haben 377 einzelne Punkte, die wir von Auftragseingang bis Übergabe, nicht mal Notartermin, da ist unsere Arbeit noch nicht beendet, bis Übergabe, Schlüsselübergabe an die Käufer erledigen. Und diese Punkte sind so fein, so getunt und auch getimed. Wann mache ich was? Und immer wieder dran gearbeitet worden, auch um möglichst ein perfektes Ergebnis hinzukriegen und auch kleine Fehler auszumerzen. Und da machen wir immer dasselbe. Abspulen in dem Sinne, auf best ausgearbeitetesten Vorgehensweisen, die haben wir abgespult. Okay, sehr cool. Ich würde mal gerne drei Bereiche, einen nach dem anderen kurz abarbeiten. Punkt Nummer eins, erstmal Objektakquise. Ab welchem Punkt hat es richtig geknallt? Also das heißt, du hast ja die ersten Schritte eingeleitet, Dezember, Januar, also 21 auf 22. So, und dann hat es ja Knall gemacht, da hat es ja Bums gemacht. So, was ist denn da passiert? Da hat, Umsatz hat umsatzbedingt. Also die Sichtbarkeit, die hat auf einmal alles verändert. Also wir hatten eine tolle neue Homepage, wo auch alle neuen Immobilien zu sehen waren. Wir waren im Print, Facebook, überall haben wir uns dargestellt. Wir haben natürlich viel mehr Interessenten angesprochen, die bei uns Besichtigung gemacht haben. 1700 im vergangenen Jahr, sodass wir da extrem wahrgenommen wurden und da auch viele Leute auf uns zukamen. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, ein privater Verkäufer, der leider nicht verkauft hat über einen anderen Makler. Der wurde nicht nur einmal empfohlen an uns, sondern zweimal. Plus, dass er uns in Print wahrgenommen hat und auf seiner Recherche im Internet gesagt hat, über Bewertungen und alles, ist, ja gut, ich kam gar nicht mehr an euch vorbei. Okay, also Sichtbarkeit maximal? Maximal. Auf allen Kanälen? Ja, Gas gegeben. Vollgas? Ja. So, das ist ja, kann man sagen. Also maximale Sichtbarkeit, keine Angst davor zu haben, sich zu zeigen. Kann man so sagen, ne? Und dadurch ist auch die Attraktivität eures oder deines Unternehmens massiv gestiegen. Ich wurde darauf angesprochen, zigfach, also man nimmt es ja selber so, erst mal gar nicht wahr. Auf einmal ist dann aber doch was passiert und ihr macht aber, bei euch geht aber viel ab. Ja. Okay, so jetzt würde ich gerne mal auf den Verkauf switchen. Also Bereich 1, Akquise, maximale Sichtbarkeit, viele Aktivitäten, investiert, also Geld in die Hand genommen, so und bam, das Ganze ging nach oben. Hierbei muss man natürlich eine Sache festhalten, es ist nicht entscheidend, was man macht, sondern wie. Also nicht einfach nur gesagt, komm, jetzt machen wir mal anzeigen und jetzt machen wir ein bisschen Facebook und dies, das. Also da waren und da kamen ja auch viele, viele Tipps und Hilfsmittel von dir. Die Sachen wurden mit dir ausgearbeitet. ganz entscheidend wirklich die richtigen Stellschrauben zu drehen. Sehr cool. Jetzt möchte ich einmal einen Zwischenstepp auslassen, sondern kurz auf das Thema Verkauf kommen. Wie viele Objekte hast du jetzt insgesamt verkauft letztes Jahr? 75 Objekte. Super cool. Von diesen 75 Objekten, wie viele hast du denn als Person Christian Steffen davon verkauft? Definiere verkauft. Also wo warst du beteiligt, im Sinne von, du hast die Besichtigung gemacht, du bist rausgefahren, du hast alles gemacht, du hast die Arbeit gemacht und so weiter. Bist zu den Targe gegangen und so, also den Verkauf halt. Null. Sehr geil. Ja. Das heißt also, du hast insgesamt wie viele Makler? Inzwischen habe ich drei Makler. Und diese drei Makler haben die Immobilien gemeinsam verkauft? Korrekt. Okay. Und waren die jetzt am Limit oder hätten die vielleicht noch ein paar mehr machen können? Oder gib mal ein paar Daten dazu. Also über den Sommer war es schon ein bisschen heiß. Temperaturmäßig und vom Aufwand. Aber insgesamt unterstützt mit Teamassistenz. Also haben wir schon jetzt mit drei Maklern ein ganz realistisches Pensum vom Doppelten. Also 150 Objekte in 2023 sollten ohne Schnappatmung, also 50 pro Mann, pro Makler, gut machbar sein. Krass. So, wer hat denn jetzt denn, jetzt kommen wir zum Einkauf, wer hat denn den Einkauf gemacht? Den habe ich alleine gemacht. Den hast du alleine gemacht? Ja, vielleicht so ein Nadelöhr, da war schon viel Flitzen angesagt. Okay, aber du hast dich halt auf eine Sache konzentriert und du hast die Bereiche Einkauf und Verkauf ganz klar voneinander getrennt. Also ich konnte mich darum kümmern, gute Immobilien zu akquirieren, zeigen ja auch unsere Verkaufszahlen, und hatte dann aber keine Not, dass ich in sehr zeitraubenden Besichtigungen dann verfalle und konnte jeweils den Auftrag in ein sehr gutes System, in einen sehr guten Prozess an top ausgebildete Makler weitergeben, die immer, und man kann unsere Bewertungen ja sehen, durchweg eine absolut atemberaubende Arbeit gemacht haben. Weil du das System implementiert hast und die richtigen Leute eingestellt hast. Richtig. Hört sich jetzt alles so einfach an. Also da steckt schon ein bisschen Schweiß, Gedankenschweiß drin. Aber diese Struktur so zu haben, ich besorge, also wenn wir heute zehn Häuser ins Programm kriegen, bin ich freudig, entspannt und meine Makler werden dann einfach die nächsten 14 Tage machen. Die fallen auch nicht in Schnappatmung und sind ganz entspannt und darauf sind wir ausgelegt. Also wir können so ein Pensum von 15, 12 bis 15 neuen Objekten im Monat ganz entspannt auf höchstem Niveau betreuen. Und jetzt ist ja der Januar 2023, in dem wir uns jetzt gerade aktuell befinden, ja in der Regel nicht so der Makler stärkste Monat. Viele Makler wachen erst so ab dem 15. Januar auf. Das heißt, oh, das Leben geht wieder los. Wie viele Objekte hast du denn schon reingeholt in diesem Monat? Also Stand jetzt und ich habe eben noch kurz auf mein Handy geguckt. Der Vertrag kommt gleich. Da sind wir bei neun. Montag Nummer 10 vielleicht am Dienstag noch die 11. Okay. Also das heißt, du bist schon gut on track sozusagen für diesen Monat. Du hast ja auch noch bestehende Objekte. Du hast ja gut eingekauft letztes Jahr. Wir gehen auch achtmal zum Notar diesen Monat. Also so ist es nicht. Im Januar. Wie nett, oder? Das ist doch eine ganz, ganz feine Sache. Zum Abschluss, Christian. Eine, so nach dem Motto, Speedrunde. Drei Dinge, deine drei größten Learnings in 2022. Weil ich muss ja eine Sache betonen. Du hast ja in der zweiten Jahreshälfte, also der Zinskrisenjahreshälfte, hast du ja richtig beurkundet, ne? Ja, ja. Also ging eigentlich erst ab Juni ging es los. Deswegen also Zinskrise hat bei uns an den Zahlen gemessen. Also wir waren progressiv immer nach oben gegangen. Weil du die richtigen Knöpfe gedrückt hast. Ja, ja, ja. Okay, was waren deine drei Hauptlearnings 2022? Vom Makler, fast schon Einzelkämpfer, könnte man ja fast sagen, ne? Weil die, auch Mitarbeiter und so weiter, das ist ja alles in 2022 entstanden, in der großen Masse. Du hast eine Maklerin mitgenommen, die anderen zwei sind in 2022 eingestellt worden. Also was waren deine drei größten Learnings? Ich brauche die richtigen Mitarbeiter, die nach den richtigen Prozessen Prozessen und Systemen arbeiten. Das waren die zwei Learnings und auf mich persönlich als Unternehmer, ich muss vorausdenken. Sehr cool. Also, und wenn ihr auch vorausdenken wollt, wenn ihr ein cooles System haben wollt, coole Strukturen, coole Prozesse und euch auch vom Immobilienmakler zum Marktführer, zum Unternehmer entwickeln wollt, der richtig Spaß hat, wie ihr gerade gesehen habt, dann seid ihr bei uns genau richtig, weil wir haben auch unseren Anteil an diesem Erfolg und hier in der Infobox könnt ihr selbstverständlich die Chance wahrnehmen auf ein kostenfreies Strategiegespräch, draufklicken und das auch buchen und wir helfen euch, wir reden mit euch darüber, wir zeigen euch den Weg, wie das funktioniert. Folgt uns auf den sozialen Medien und gerne fleißig kommentieren hier unter diesem Video und eure Fragen stellen auch gerne, dann können wir da weitere Videos zu machen. Abonniert uns auf den sozialen Medien, TikTok, Facebook, Instagram und selbstverständlich diesen Kanal. In diesem Sinne, alles Gute bis dahinten. Bis zum nächsten Mal.